Sukha Navasana, das einfache Boot, sind Variationen von Navasana. Du sitzt auf dem Gesäß, hebst die Füße etwas hoch, kannst aber um die Knie fassen oder die Finger in die Kniekehlen geben oder auch die Unterarme unter die Oberschenkel oder du kannst auch mit den Händen sanft an die Fersen fassen. Das sind alles einfache Variationen von Navasana und die Navasana-Grundstellung zeigt Rafaela zum Schluss auch noch.